Die Familie Schenk von Wagula war ein aus dem Stand der Ministerialen hervorgegangenes deutsches Adelsgeschlecht. Sie stammte aus Groß Wagula und weit von Langensalza und war mit mehreren thüringischen Dynastengeschlechtern verschwägert. Stammsitz war die Burg Groß Wagula. Geschichte Der Ursprung des Geschlechts Schenk von Wagula liegt im Dunkel. Erstmals wird die Familie Ende des 12. Jahrhunderts mit Rudolf und Walter Pinzörner de Varila genannt. Schon früher auftretende Personen wie Z. B. Albertus von Wagula oder Philipp von Wagula können nicht mit den Schenken in Verbindung gebracht werden. Offenbar wurde diese Familie erst um 1180 mit einem Teil von Wagula vom Kaiser belehnt. Ein zeitgleich auftretender Kunemund von Wagula ist nachweislich der Familie der späteren Marschelle von Ebersberg-Eckartsberg zugehörig. 1178 erhielten die Ludowinger, Landgrafen von Thüringen, als Machtausgleich und auch zur Bestätigung ihrer eigenen Fürsten würde das Recht, vier Hofämter zu unterhalten, welche erblich an die Herren von Schlotheim als Truch sässe, die Herren von Fahner als Kämmerer, die Herren von Wagula-Ebersberg ab 1209 als Marschelle und die Herren von Wagula als Schenken vergeben wurden. 1178 taucht in einer Naumburger Urkunde zum ersten Mal die komplette Standesbezeichnung auf, in dem Rudolf Schenk von Wagula genannt wurde. Walter von Wagula gehört zu den Edelherren, welche die ungarische Königstochter Elisabeth 1211 von Ungarn an den Thüringer Landgrafenhof begleiteten. Ab der Mitte des 12. Jahrhunderts bis 1270 hatten sie das Erbschenkenamt am Thüringer Landgrafenhof inne. Gottfried von Wagula ist 1295 als Stadthalter der Balei Thüringen bekundet. Und Gottfried Ustevarila und Heinrich von Varila sind als Landkoscher der kommende Loklum der Deutschordens Balei Sachsen bezeugt, Stammwappen. Der Schild ist neunmal von Blau und Silber schräg geteilt. Auf dem Helm mit blau-silbernen Decken ein offener, wie der Schild gestreifte Flug. Abspaltungen die Stammlinie der Schenken von Wagula starb Mitte des 14. Jahrhunderts aus. Von den Schenken von Wagula, die im 13. und 14. Jahrhundert stattlichen Besitz, Vor allem an der mittleren Saale um Naumburg und an der unteren Unstruthilten stammen eine Anzahl anderer Zweige ab, so die Schenken von Apolda. Bedrat, Dürritschen, Dornburg, Eckstädt, Frauenpriesnitz, Kevernburg, Nebra, Mollau, Reichenegg, Rudelsburg, Rosteberg, Saaleck, Sulzer, Tautenburg, Trebra, Utenbach, Fitzenburg und Wiedebach, Wester, Körbisdorf, Kölzen, Tomschau, Großgörenwappen. Punkt, 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 Schenk von Tautenburg. Georg Schenk von Tautenburg war von 1521 bis 1540 Stadthalter von Friesland und von 1536 bis 1540 Stadthalter von Drinte und Groningen und wurde 1540 Ritter des Ordens vom Goldenen Vlies. Christoph Schenk zu Tautenburg ging 1512 nach Ostpreußen und erhielt dort Land zu lehnen. Friedrich Schenk von Tautenburg wurde 1559 der erste Erzbischof von Utrecht. Die thüringische Linie der Schenken zu Tautenburg besaß seit 1232 die Herrschaft Tautenburg, welche 1354 unter vertinische, 1485 unter vertinische-albertinische Lehnstregerschaft kam erwarben die thüringischen Schenken von Tautenburg die Herrschaft Tonner. Am 3. August 1640 starb mit Christian, der seine beiden Söhne und seine Frau überlebt hatte, die thüringische Linie der Schenken von Tautenburg aus. Die Erbbegräbnisstätte der Familie ist die Gruft in der Kirche von Frauenpriesnitz. Während die Herrschaft Tautenburg an das Kurfürstentum Sachsen kam, gelangte die Herrschaft Tonner an die Grafschaft Waldeck und 1677 durch Verkauf an den Herzog von Sachsen-Gotha-Altenburg. Die ostpreußische Familie der Reichsfreiherren schenkt zu Tautenburg bis 1945 auf Burgdoben im Kreis Angerburg und Burgpatsch im Kreis Rastenburg. Besteht noch heute Wappen, der Schild neunmal von blau und silber schräg links geteilt. Helm, gekrönt, darauf zwei Büffelhörner, deren linke schräg links das andere schräg rechts gestreift ist. Decken, blau, silber.